Hallo zusammen, heute stelle ich euch die Kugellagerwirbel von der Firma Jensi vor. Die gibt es in drei verschiedenen Größen, 5.0, 7.0 und 9.0. Meine bevorzugte Größe ist die 5.0er Größe. Die Wirbel bestehen aus rostfreiem Edelstahl, drehen wunderbar. Der Wirbel hier zum Beispiel hat jetzt eine Tragkraft von 65 Kilo, da kann absolut nichts passieren, hält jeden Fisch.